Yangon begrüßt den Besucher im Stadtzentrum mit viktorianischen Kolonialbauten. Das Rathaus, daneben die Sule-Pagode im typischen Mondstuhl. Chauktachi-Paya, ein Pavillon mit einer 70 Meter langen liegenden Buddha-Figur. Auf dem Gelände des Aschai-Toya-Klosters erhebt sich der fünfstöckige Buddha Ngatachi. Von überall her glänzt die goldene Silhouette der alles überragenden Schwedagon. Prachtvolle Tazaungs und zahlreiche kleine Pagoden umgeben die große Schwedagon. Gelände des Aschai-Toya-Klosters Musik Musik Am Kandauchi, dem königlichen See, liegt das steinerne Karawegschiff, ein Doppelbug-Restaurant. Abends finden hier traditionelle Tanzvorstellungen statt.